so wir fahren doch einmal was sonstiges was habe ich mir das geld gekriegt 1200 ach kann das sein dass ich diese subventionsdienste aktiviert kann sein auf jeden fall wir sind es noch am dreschen wir fahren jetzt noch die bahn einmal runter und wahrscheinlich wenn ich so sehe optisch einmal hoch und dann haben wir unser eigenes haferfeld platt geerntet und danach würde ich aber tatsächlich erst mal dann verkaufen fahren also das erste mal der drescher wieder zurückgegeben dann verkaufen fahren den hafer verkaufen und gucken wo es die meiste gibt und anschließend vielleicht noch ein bisschen mischfutter herstellen für die tiere weil wenn ich es richtig erkannt habe habe ich ein paar kümmerkaufs letztes mal und deswegen haben wir jetzt nicht genug stroh nicht genug wasser und auch nicht genug nicht ration im stamm das heißt zwar jetzt noch aus aber es ist nicht voll so weit dazu ich wurde gefragt ich hoffe dass es okay ist ich habe das war ich jetzt eigentlich gestern besonders folge schon beantworten können würde gefragt wo das wasser her kriegt also man könnte auch wahrscheinlich theoretisch da ist doch wenn man jetzt auf die minimen schaut wir haben noch 15 75 also neben der neuen richten in der neuen haben wir darum fällt schon noch gras geholt haben sie nache beantworten da ein schluck weiter da ist glaube ich so ein tümpel ich glaube da kann man präger in den wasserfass rückgärts ranfahren oder reinfahren und kann da auch wasser rauspumpen ich habe mir jetzt auf dem hof ein wasser ein standrohr platziert ist nicht angemeldet beim wasserwerk also das kostet nichts aber schon alles offiziell gemacht so acht prozent wunderbar passt alles rein dann läuft die luthi fällt eins ist geerntet liebe leute das ist schön das macht das gibt stimmung so ausgefahren ja genau das habe ich genau gewusst dass ich an der bierke hängen bleibe ein bisschen vor allem ruhe ausfahren egal jetzt bin ich öfter sollte noch rein passen ich glaube da gehen 21.000 rein und wir haben jetzt dreimal sechseinhalb glaube ich gehen da in den korntank reingepumpt so dann kann ich hier schon aussteigen macht den aus verlassen das fahrzeug bedanke mich beim dominator 204 der geht nämlich jetzt zurück zurück ja passt alles rein machst mir gar keinen kopf wo gibt es die meiste asche für harfer harfer das ist das da glaube ich das zeugs äh oh tausende beide bei war hm 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 wo ist dat bei war dat bei war wo ist dat bei war hallo hallo bei war das ist doch da auf der strecke hier ist doch die bei war oder nicht bei war wieso steht das hier nicht drauf so gut achtung menü drischer zurück trailer zurückgeben mach's gut ok schneidwerk zurückgeben mach's gut ok drischer zurückgeben sehr gut hast es gut gemacht eigene fahrzeuge zurück zurück und tschüss so haben wir doch den deckel verdrucken hast du dich ja freilich dann fahren wir jetzt mal zur bei war es gibt ein paar euro 50 das ist furchtbar tatsächlich also habt ihr mich gleich mitgekriegt bei der auf der bergisch land mit dem mit dem doiz warrior den ich gekauft habe als erstes als erstes als erstes ähm ähm das sind ja die komischen probleme mit der kamera äh also außenansicht innenansicht da kann ich ja nicht jetzt seitlich gucken nur wenn ich wieder ein und aus steig beziehungsweise aus und ein steig ähm die probleme habe ich bei sonst keinem traktor komische sache wie viel haben wir denn 20 nach 4 20 nach 4 wir kriegen jetzt ungefähr ja vielleicht 16.000 euro dazu da kriegst du aber kein acker da gibt es kein acker für vielleicht sollten wir auch das wäre vielleicht eine maßnahme gewesen eine bessere ein grasfeld hole und dann silageballen pressen und die alle zur bga fahren erstmal halt äh geld machen ne ja jetzt kommen wieder die kritiker du hast doch du verdienst doch geld das ist doch gut mach doch langsam das ist richtig ja was bringt es denn wenn ich jetzt einen acker habe den habe ich jetzt gleich wieder vorbereitet hab dann die kühle komplett versorgt und hab dann nichts mehr zu tun deswegen überlege ich mir tatsächlich was ich da so wie ich das so mache wir fahren von der anderen seite rein da da di da 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 das ist überall das ist es war jetzt auf der bergisch auf der bergisch land wo war schon hingefahren zur mühle glaube ich und auch bei dem anderen abladepunkt das ist mittlerweile so gemacht mit den gittern hier dass das der helfe abfahrer nachher problemen kriegen könnte aber wir fahren ja selbst ab ich sag's mir nur so am rande erwähnt so es gibt 17.8 das ist das sehr schön ja genau da hinten steht eine palette porotherm von wiener berger auch nicht schlecht so hier gibt es britt nicht für mich ich brauche noch keinen auch schlecht raus zu gucken oder so dann fahren wir mal geschwindibus zum ruf und miche noch etwas mischung mich ratz ich muss die linien zeigen wieder deaktivieren sonst haben wir die ganze zeit so ein komisches strich da vorne drauf so das ist besser erst mal den anhänger abstellen irgendwo das wasserfass stibitzen und noch ein bisschen wasser für die kühe beziehungsweise ne ich glaube da ist noch wasser im fass drin ein bisschen zu leerpumpen ich glaube das steht noch auf der weide guckememo guckememo so weit aus ne als ob man es mähen könnte sagen wir 69.000 euro hier kannst du stehen bleiben hier stößt du keinen wir fahren in die kuhweide rein und geben den tierchen noch ein bisschen wasser ein wenig wasser fahr mal so rum bleibt schön drüben gell sonst muss ich ja wieder einfangen da heißt es nicht saumendorf, da heißt es dann krumendorf ich bin ja schön krumendorf, dass mir die tierchen irgendwie mit der haufe fällt das fällt ein bisschen blöd aussehe da müsste ich doch wieder rumsteig essen so raus damit können wir gleich nochmal holen können wir direkt nochmal holen jetzt können wir stehen bleiben oder Bubelvieh lauf weiter komm lass mich mal vorbei lass mal einen Schäfer durch hier oh Gott die stehen ja eigentlich kreuz und quer hier kreuz und quer stehen die da rum na schmeckt es euch Achtung Jungs und Mädels wir sind eigentlich nur Mädels lasst mich mal hier durch bitte danke extra Wasser für euch holen ne da könnt ihr mich ruhig durchlassen so und weiter geht's ab zum Wasserhahn so für den ganz kurz vergessen für den der gefragt hat hier habe ich das Standort platziert weil es geht ging nur auf einer grünen Fläche auf dem Hof ging es leider nicht wo der Schwalbe wieder so doof und hab wieder vergessen das überall platzieren zu aktivieren das kannst du auch haben aber hier funktioniert es auch so da fahren wir nochmal einen Tankzug voll oder einen Tankfass voll Wasser zu den Kühen und mischen dann nach einem Mal Mischration Stroh haben wir auch ja klar Stroh haben wir auch noch nicht genug im Stall jetzt nachdem wir ja so viele Kühe haben hier am Stroh denke ich müssen wir einstreuen ich muss dann irgendwann mal gucken ein Einstreuer habe ich schon ne habe ich schon nicht oder verflixt jetzt das habe ich glaube ich mit dem Futtermischwagen eingestreut oh oh ernsthaft habt ihr soviel durcht da muss man ja tatsächlich nochmal Wasser holen ich glaube ich bleib doch mal stehen bleib doch mal stehen Achtung Kopf einziehen oh ja ich steh mit den Füßen im Wasser du bist auch gut du bist äh cool da 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 sooo noch einmal mit Gefühl please öh ja jetzt kommt's da steht ja ein Kälbchen seit wann habe ich ein Kälbchen da stehen noch mehr stand nicht schon die ganze Zeit da hm anscheinend jetzt stehen die Kühe da im Weg meine Güte hallo Achtung mein da 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 jetzt guckt sie mich so an lauf einfach irgendwo hin du Faltenhals ehrlich kratzer ins Tor gemacht weil ich keine Kühe überfahren kann siehst du noch also ich könnte es schon aber ich will es nicht so reicht das jetzt alles bitte oh ja toll hätte man nicht mehr fahren müssen egal so weiter geht's wir müssen zum Mischer zum diese Kühe die raubt mir den letzten Nerf dann so der Mischwagen steht oben unter der unter der Überdachung oder über der Unterdachung wie ihr möchtet es wurde geschrieben dass es sein könnte dass man da kein Stroh braucht aber unten ist so angezeigt dann lasse ich mal hier stehen dann fangen wir hier raus später so jetzt habe ich nicht so komisch da hingestellt also das wüsste ich jetzt aber so man könnte ja theoretisch hingehen angekürt ist ja alles genau da kann man doch besser dran mit dem Lade mit dem Lade öh hallo gut weg gut weg gut weg gut weg gut weg gut geht nicht weg gut will nicht weg eieieieieiei jetzt ist er weg jetzt heißt aber aufpassen sonst schiebst du alle möglichen Ballen durch die Gegend wow noch satte 30 Sekunden auf dem Timer ich freu mich aber die eine Mischung ziehen wir jetzt noch durch Hoi brauchen wir dringend. Hoi. Zu weit. Zu weit. Nicht so weit. Siehste? Erklingeln schon. Aber das machen wir noch. Die eine Mama. Die eine will ich noch mal. Komm gib Gas. So schnell kann es nicht sein. Doch kann es. Okay. Wahrscheinlich passt jetzt die Mischung mal genau gar nicht. Fast voll. Achtung. Jetzt müsste eigentlich noch Stroh rein. Da steht das Mischration tatsächlich. Da steht jetzt Mischration und ohne. Mir aus. Umso besser. Umso besser. Anwerfen Sie die Mischer da hinten. Da steht Mischration. Ich lüge nicht. Da ohne steht es. Dann wird es auch aus Mischration hoffentlich jetzt angenommen. Und dann ist das cool. Und da hat derjenige, der es geschrieben hat, recht gehabt, dass wir wahrscheinlich gar kein Stroh brauchen für die Mischration. Wieso erscheint hier kein Ablade-Trigger, Leute? Das war doch hier nicht. Oder war das da? Ach nee, das war da vorne. Das war ja hier draußen. Da drin war, glaube ich, nur Stroh. Das war ja hier draußen. Das war ja hier draußen. Glaube ich. Oder auch nicht. Hallo? Wir müssen näher ran fahren. Jetzt träge ich aber am Rad. So geht das jetzt nicht? Achso. Genau. Falsche Seite. So, jetzt mal gerade gucken. Schneller bitte. Dass es hier mehr wird. Ja. Mischration. Was willst du machen? Stroh brauchen wir auch noch. Das macht nichts, weil Stroh haben wir ja tonnenweise. Also das läuft bei uns. Milch haben wir auch schon. Mistkühle haben wir auch schon. Wunderbar. Wenn wir genug haben, Mist, kann das hoch zu den Weinbergen und dann läuft das alles. Ich bin froh, dass es soweit ist. Ich bin auch froh, dass ihr wieder dabei wart. Wenn es euch gefallen haben sollte, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Teilen lang abonnieren. Ganz einfach. Ich wünsche euch einen wunderschönen Wohlstart. Macht es gut. Bis dann. Tschüssi.